ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls 19 ja servus leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge hier project hospital auf meinem kanal schön dass ihr wieder mit dabei seid maßnahmen ist abgeschlossen okay das wäre das ist in ordnung gut untersuchung wir haben noch ein symptom was hier relativ fragwürdig ist die kriegt auf jeden fall die medizin das ist klar so hatte sie schon ansonsten können wir großartig nichts machen wir beobachten sie weiterhin da wollen wir schauen das ist die dame genau hier die ist gut dabei die brauchen wir nicht mehr beobachten die hat auch kein verstecktes kein kein der hat kein kritisches symptom mehr das ist auch in ordnung von daher sollte es auch alles passen ja wir haben hier auch probleme mit dem mit den ganzen sachen kann nicht behandelt werden das definitiv ein problem leute 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 wenn die auf die überwachen station schicken ich kenne auf die überwachungsstürze mit code blau und einmal bitte beobachten danke dann zusätzlich machen wir noch ein ekg und eine differenzial diagnose bitte das wäre glaube ich ganz reizend so wir gucken mal weiter wir haben jetzt fast die ganze fläche ausgebaut wir haben noch 77.000 euro auf dem konto dollar dementsprechend sieht es ganz gut aus wir werden wahrscheinlich den rest der fläche noch ausbauen das wäre ganz ganz in ordnung und dann können wir auch endlich in die nächste etage gehen da freue ich mich natürlich schon sehr darauf wir werden in einer nächsten etage und die station einzeln mal vorknöpfen und dementsprechend ordentlich aufbauen momentan ist die das war klar ich schick dir mal lieber weg weg schicken schick dir mal lieber weg die ist mir zu heikel die dame die wird jetzt abgeholt die ist mir zu heikel aber wie gesagt wenn wir die fläche zu haben mit fondament dann können wir endlich in die nächste abteilung gehen darauf freue ich mich schon sehr wenn wir dann wirklich station für station dort besser aufbauen können wir haben hier ziemlich viel platzverbrauch es ist ziemlich unordentlich mittlerweile hier aber wieder station für station können wir dann oben aufbauen und nach und nach dort einmal etablieren ich weiß nicht wie viele stockwerke wir machen können aber das ist zumindest das erste was wir machen müssten darauf habe schon die ganze zeit gewartet dass wir wirklich komplette fläche voll haben was jetzt auch natürlich noch machen pro fundament werden wir hier zu bauen weiter kostet auch natürlich ein bisschen geld das ist klar das ist mir definitiv bewusst dass das geld kostet aber es ist definitiv von vorteil so jetzt haben wir alles hier mit fondament hat natürlich ein bisschen gekostet wir 27.000 knapp aber egal so komplettes fondament ist zu so freue mich natürlich schon auf den aufzug in denen werden wir natürlich dementsprechend bauen aufzüge kostet wie viel 2000 dollar okay ist kein problem ist aber in ordnung ich weiß aber noch nicht wo wir den aufzug hin bauen werden ich denke mal hier hinten werden wir den machen das heißt das hier müsste auf jeden fall weg vielleicht werden wir da noch hier hinsetzen wenn wir mal schauen hier dran eventuell müssen wir gucken kriegen wir schon erwähnt das kriegen wir schon irgendwie hin leute das werden wir schon irgendwie machen so ansonsten 49.000 euro bis in dollar haben wir auf dem konto wir haben jetzt wie viel uhr 5 uhr 28 die patienten sollten bald raus wir werden jetzt mal bei den krankenkassen gucken ob wir dann irgendwie an geld kommen könnten 0 von 10 ja das dauert noch bis wir das erledigt haben kauf für rettungswagen das dauert auch noch klar rettungswagen ist definitiv einer da den wir mittlerweile haben aber wie gesagt na es dauert okay was ist hier eingewiesen wartet auf bett danke chirurgie ist natürlich unterbesetzend alles da müssen wir auch nochmal dran arbeiten das auf jeden fall okay kriegen wir irgendwie hin kardiologie kardiologie ich würde vorschlagen wir werden uns die orthopädie vornehmen für oben und dementsprechend erstmal den aufzubauen hier ist ein raum ich will wissen von wo der ist der ist von der inneren ok der raum ist von der orthopädie ok die innere medizin der raum müsste einmal verlegt werden dementsprechend werde ich den wahrscheinlich einmal kopieren kopieren ja kopieren genau dann hier hinten hinsetzen wenn wir hier aufmachen die wand oder können wir hier dran ja wir können hier dran dann werden wir die wand hier aufmachen dementsprechend einmal die wand entfernen dann werden wir das stück für stück aufdröseln ja ich gebe jetzt wieder geld aus das ist klar vorlage kopier erstellen wäre das hier das wird einmal hier hingesetzt dann darf die dame einmal den arbeitsplatz verlegen äh mitarbeiter arbeitsplatz zuweisen der wird hier jetzt sein auch in der frühschicht ne die war glaube ich da in der frühschicht genau wird hier jetzt auch in der frühschicht sein so dementsprechend ist der raum hier frei den werden wir entfernen sprich einmal hier einmal raum entfernen das ganze immobilier werden wir verkaufen brauchen wir nicht kostet nur geld im prinzip ja ist nicht gerade schön jetzt alles zu verkaufen aber egal die wände werden wir entfernen und dann haben wir das soweit erledigt jetzt möchten wir den aufzug bauen ich möchte jetzt ordentlichen aufzug haben der hier einwandfrei aussieht und wo wir nichts mehr machen müssen im prinzip ja klar wir müssen noch was machen das ist klar aber ich möchte hier was vernünftiges stehen haben so der aufzug wäre das hier ne den wir aber hier hinsetzen etwas zurückgestellt etwas zurückgestellt etwas zurückgestellt sollen wir ein aufzug oder zwei aufzüge ich bin noch unsicher pass auf pass auf ich setze den hier hin ich setze den aufzug hier hin weil dann können wir da in die ecke noch eine pflanze hinpacken wir wollen ja auch ein bisschen auf optik gehen ne das ist das ich setze den hier hin dementsprechend sieht man dann wie das hier aussieht wenn wir die wände hoch machen ne sieht gar nicht mal so übel aus jetzt werden wir natürlich hingehen und auch die wände einmal soweit ordentlich machen wir hatten das hier mit dem hier da werden wir das hier ordentlich machen das hier werden wir ordentlich machen und hier die Seite die Seite machen wir auch erstmal ordentlich kommt ihr weg ne Wand bauen wir noch die wird hier stattfinden und dann haben wir das eigentlich erstmal soweit geregelt denke ich mal den Boden werden wir noch machen auch das werden wir tun äh da kommt diese Bohnen hin ne so dann kommt der Streifen hier hin so und dann müssen wir weiter gucken wie wir es hier komplett aufdröseln aber das sieht soweit denke ich mal ganz gut aus das ist hier die Notaufnahme wenn wir das nur nochmal richtig drehen hier ist die Notaufnahme auf der Position überhaupt der Patient kollibiert okay das ist nicht gut direkt auf Dings Defibrillation Intensivstation der braucht definitiv Herzoperation Robert Stachelhaus aus der Cardio nein wir brauchen die Cardio danke Robert Stachelhaus der steht gar nicht hier drin der okay wahrscheinlich weil der jetzt gerade kollabiert ist ne das ist aber nicht gut das ist gar nicht gut wie sieht es eigentlich hier hinten aus ist noch jemand ne scheint nicht so ne ne okay aber soweit so gut lange Wartezeiten für Betten Überwachungsstation oha na gut das sieht soweit okay aus wir haben hier den Aufzug soweit gebaut auch das sollte passen dementsprechend werden wir uns hier ein bisschen der Deko widmen wir haben jetzt relativ viel Geld ausgegeben wir wollen jetzt aber auch nochmal ein bisschen was in die Deko investieren ähm zu welcher Station ich würde das mit zu der Notaufnahme machen wo ist die Korridor von der Notaufnahme äh er ist der Korridor von der Notaufnahme ne ja dann werden wir auch den Korridor hier weiterführen für den Teil das auf jeden Fall dass wir das auf jeden Fall mit dabei haben den Korridor äh Aufzug und sowas das wird dann nicht mit stattfinden das heißt der fällt weg da werden wir dann dementsprechend einen anderen nehmen aber okay Torridor hat der Aufzug hier mitgemacht ich weiß nicht ob das überhaupt von Relevanz ist aber egal aber das sieht soweit ganz gut aus denke ich mal so wir wollten eine Pflanze wieder hinsetzen ein bisschen Deko ne ein bisschen Deko der Mitte muss auch mal sein weil ansonsten siehts nicht gut aus wir machen hier eine einen Drachenbaum hin genau so wie ja hier ist das ist doof das heißt wir machen hier einen Drachenbaum hin dann kommt da auch noch eine Wand hin die hier langgeführt wird das war jetzt die falsche Seite wir müssen einmal von der Seite machen danke dann sieht das doch das ganze doch schon viel viel besser aus dann machen wir hier einen Wasserspender noch hin Snackautomat Kaffeeautomat den machen wir später mal hier rein in so eine Nische würde ich sagen ja das wäre auch noch eine Option das wäre auch noch eine Option pass auf wir machen das einmal so dann kommt hier der Snackautomat hin der Kaffeeautomat und der Wasserspender dann haben wir dementsprechend da wieder die Wand die hier rein gezogen wird und so haben wir hier jetzt eine schöne Ecke etabliert wo wir auch den Automaten dran haben das heißt die können wir bald entsorgen im Prinzip ja haben wir einen Automaten stehen da einen Automaten beziehungsweise mehrere Automaten sollte in Ordnung sein dann sieht das ganze auch schon viel viel anders aus hier im Eingangsbereich ne komplett anders Leute sehr nice wir werden den Boden noch erweitern hier sehe ich gerade der kann hier durchgezogen werden die Linie dann haben wir natürlich die Folge zu Ende dementsprechend werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen ich danke euch soweit fürs Zuschauen und ja wir sehen uns wieder nächste Folge morgen 10 Uhr geht es weiter ich freue mich auf euch wenn ihr wieder mit am Start seid und sage einmal natürlich bis dahin erstmal Servus und Tschüss bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.